Das Heim für Tiere in der Saumillensee am Schwarzen Stamm 11 veranstaltet am kommenden Samstag ab 11 Uhr eine Walpurgisnacht, zu der jeder herzlich eingeladen ist. Als Teil des Programms sind Informationen über den Tierschutz und den Gnadenhof geplant. Hier können sich Interessierte über die Arbeit auf dem Vereinsgelände informieren. Zudem ist ein Flohmarkt eingeplant, auf dem der Verkauf von Kerzen und Kräutern sowie Kaffee und Kuchen stattfinden wird. Und natürlich ist auch für die kleinsten Besucher gesorgt, denn ein Kinderprogramm, in dem sogar Tiere einbezogen werden und tolle Preise gewonnen werden können, sorgt für zusätzliche Kurzweil. Nun, wir werden informieren unter anderem natürlich über unseren Tierschutz, über unsere Arbeit hier. Das ist ja für uns ganz wichtig, dass wir die Leute mit aufklären. Und auf der anderen Seite sollen sie sich natürlich auch amüsieren. Es wird erstmal schöne Musik geben, es wird Gegrilltes geben, es wird selbstgebackenen Kuchen geben. Das kennen die Leute ja auch schon von uns. Dann wird es eine Hexenbowle geben, Hexeneier, Kräuter, auch die man kaufen kann. Es wird Hexenschminken geben. Ja, man kann sich schminken lassen und die besten Masken, die werden wir dann prämieren. Dennoch fehlt es dem ehrenamtlichen Verein am nötigen Geld. Durch Spenden und Förderungen hält sich der Verein über Wasser und achtet dabei in erster Linie auf das Wohlbefinden seiner Schützlinge. Viele Tiere verbrachten hier ihren Lebensabend, erfuhren durch das Personal aufrichtige Pflege, wenngleich diese auch manchmal am finanziell Machbaren zum Scheitern verdammt ist. Erst kürzlich ging ein schwerkranker Hund über die Regenbogenbrücke, wie sie bei den Ehrenamtlichen genannt wird. Wir erhoffen uns ganz viele interessierte Besucher, weil ja der Erlös, was man hier kauft, erwirbt, gewinnt, immer unseren Tieren zugute kommt. Und das ist im Moment sehr, sehr notwendig. Wir haben drei ganz spezielle Fälle. Ein Hund, den wir aus der Tötung aufgenommen haben, der mit einer ganz speziellen Krankheit zu uns gekommen ist, was wir jetzt erst festgestellt haben. Und der ist schwer krank, muss also eine Dauerbetreuung bekommen, die sehr kostenaufwendig und pflegeaufwendig ist. Machen wir aber gerne. Dann haben wir zwei Hunde eigentlich in dieser Form und eine kleine Hündin, die wir aufgenommen haben, auf ganz miserablen Umständen, wo wir drei Wochen lang bei einer mit einer Pflegefamilie zusammen gekämpft haben, täglicher Tierarztbesuch, alles Mögliche versucht haben und sie hat es nicht geschafft. Wir mussten sie dann über die Regenbogenbrücke gehen lassen. Und das sind natürlich, so hart wie das jetzt klingt, fehlt uns natürlich auch eigentlich immer an überflüssigem Geld. Das heißt, Tierarztkosten sind ziemlich hoch, notwendigerweise, und die müssen bezahlt werden. Deshalb möchten wir appellieren an tierliebende Menschen, ob sie eventuell ein oder zwei Euro für uns übrig haben. Auf Hilfe ist der Gnadenhof stets angewiesen, ob nun durch Manpower oder finanzieller Unterstützung. Besonders die hilflosen Geschöpfe danken es. Aber nicht nur Tiere stehen im Fokus, auch soll der Umwelt- und Naturschutz den Besuchern näher gebracht werden. Um mehr über den Gnadenhof in der Saumildensee zu erfahren, lohnt sich der Besuch am 26. April auf jeden Fall. Und wer weiß, vielleicht finden Sie ja dabei einen Fellingen-Partner, dem Sie Ihre Aufmerksamkeit schenken können. Und wer weiß, vielleicht haben Sie ja dabei einen Faktor, dem Sie Ihre Aufmerksamkeit schenken können. Und wer weiß, vielleicht haben Sie ja dabei einen Faktor.